Moin Leute, ich bin Andreas, ich bin euer Akkudoktor und warum nenne ich mich so? Weil ich Akkus liebe und weil ich einen Doktor und Ingenieurwissenschaften habe und ich zeige euch jetzt, was es auf meinem Kanal zu sehen gibt. Viel Spaß! Jo, wenn dir das gefällt, dann abonnier den Kanal, schau bei uns im Forum vorbei und werd Teil unserer Hammer-Community oder stell mir Fragen während einer meiner Livestreams. Ich freue mich auf dich!